Die Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer Steiermark hatten auch 2019 alle Hände voll zu tun, wenn es um die Wahrung der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegangen ist. Eine Erfolgsbilanz, die einmal mehr beweist, wie hoch das Vertrauen der Mitglieder ist. Unsere Expertinnen und Experten haben rund 240.000 Rechtsauskünfte erteilt. Sie haben rund 1.200 Klagen im Bereich des Arbeitsrechtes eingebracht. Sie haben rund 2.700 Klagen im Bereich des Sozialrechts eingebracht. Und es wurden für unsere Mitglieder nur in der Steiermark fast 79 Millionen Euro erwirkt. Über 12,4 Millionen Euro erstritt die Arbeiterkammer in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen. Und 30 Millionen Euro wurden im Rahmen des Insolvenzentgeltfonds ausbezahlt. Auch bei sozialen Themen wurden mehr als 2.700 Klagen eingereicht. Über 30 Millionen Euro konnten dabei für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingeholt werden. Im Konsumentenschutz blieb die Nachfrage mit rund 33.000 Beratungen gleich wie im Vorjahr. 1,5 Millionen Euro konnten hier erkämpft werden. Im Steuerrecht waren es 4,5 Millionen Euro, die ausbezahlt wurden. Beeindruckend war vor allem die hohe Beratungsintensität von knapp 1.000 Beratungen pro Arbeitstag. Mit diesen Aktivitäten verhelfen wir nicht nur den Arbeitnehmerinnen, den Betroffenen zu ihrem Recht, zu ihren Ansprüchen, sondern mit diesen Aktivitäten unterstützen wir auch ganz besonders jene Arbeitgeber, die sich ganz seriös und fair an die Spielregeln halten. Und diese gilt es auch 2020 einzuhalten. Denn Gerechtigkeit muss sein.